Der tschetschenische Machthaber Ramzan Kadirov hatte sich vor wenigen Wochen mit dem Gefährt mit Geschosspatronen um den Hals inszeniert und angekündigt, der Cybertruck solle bald im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden. Auf dem Fahrzeug hatte er ein Maschinengewehr angebracht. Doch nun ist das Fahrzeug offenbar deaktiviert worden, wie Kadirov berichtet. Das ist keine nette Sache, die Elon Musk da macht. Er macht aus tiefstem Herzen teure Geschenke und schaltet sie dann aus der Ferne ab, jammerte Kadirov. Diese Vorgangsweise sei nicht männlich. Sie erinnern sich wahrscheinlich an sein Geschenk, einen Cybertruck, den wir mit einem Maschinengewehr ausgestattet und an die militärische Spezialoperation schickten, erklärte Kadirov in dem Telegram-Beitrag. Das Fahrzeug leistete im Kampf hervorragende Dienste. Es bewies Wendigkeit und bot der Besatzung guten Schutz, lobte er das Gefährt. Nach der Deaktivierung habe er sein eisernes Pferd abschleppen lassen müssen. Musk stritt ab, dass er dem Tschetschenenführer das Fahrzeug geschenkt habe. Sind sie wirklich so zurückgeblieben, dass sie glauben, ich hätte einem russischen General einen Cybertruck geschenkt, fragte er auf der Plattform X.